Nachdem wir den Power-Pod fertig gebaut haben und den schon mal hier testweise reingeschoben haben, müssen wir zwei Sachen machen. Ich brauche ein Stück Velcro. Wo ist das Velcro? Das haben wir schon gehabt. Da ziehe ich mir jetzt mal ein Stück ab. Zwar messe ich das hier kurz aus, einfach wo das so ungefähr hinkommt. Das kleben wir nämlich da gleich drauf. Das zweite Teil kommt nämlich dann an die Batterie. Eine Schere kurz und zack. Das war's schon. Einen Teil kleben wir jetzt sozusagen hier drauf. Klebe ich jetzt hier einfach rein. Da kommt nachher der Lipo drauf. Und der zweite kommt dann für den Lipo logischerweise. So, das haben wir gemacht und jetzt befestigen wir sozusagen und hier müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein oder beziehungsweise darauf achten, es gibt hier auf jeder Seite vier Löcher. Das ist bei der Power-Nose unterschiedlich zu der Chuck-Gleider-Nose. Warum? Weil der Power-Pod hier nochmal extra mit vier gesichert wird. Und das machen wir jetzt einfach. Das heißt, wir stechen jetzt sozusagen hier den relativ weit versenkt, den Motor. Und jetzt steche ich sozusagen durch beide Seiten einfach hier durch. Guckt und passt auf, dass ihr nicht die Kabel trefft oder die ESCs. Das soll euch nicht passieren. So, einmal hier. Und dann nehme ich die andere Seite. Zack. Und dadurch, dass wir die Doubler vorhin eingefügt haben und verklebt haben, gibt es richtig schön Festigkeit. So. Zack. Und auf der anderen Seite auch nochmal. So. Und jetzt ziehen wir uns ungefähr mal so eine Länge, damit wir wissen, wie weit das geht. So, markiere ich mir mal. So. Und das schieben wir das hier durch einfach. Gucken, dass wir nicht die Kabel treffen. Das ist interessant hier. So. Wo sind wir gerade? Da sind wir noch nicht. Noch ein bisschen mit Gefühl. Mal schauen, wie passt das auch. Von der anderen Seite. Da sehe ich es schon. Und da kommt es auch. So. Der erste sitzt. Also einfach von beiden Seiten gerade. Mal gemacht. Und jetzt markieren wir uns den zweiten hier noch. Zack. Kurze Markierung. Kürzen den wieder ein Stück. So. Nachgekürzt. Und geben den hier durch. Und der zweite geht ganz schnell. Zack. Und damit habt ihr eine bombenfeste Power-Nose mit dem Power-Pod. Perfekt. Damit haben wir den Setp jetzt abgeschlossen und kommen nun zum Electronic-Setup. Prima. Bis zum nächsten Mal. Musik cần Sie bitte